So, damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video soll es mal wieder um kleine Stückellungen gehen, denn da haben mich jetzt auch viele Leute nochmal so gefragt, weil ich ja in einem anderen Video nochmal erzählt habe, beziehungsweise berichtet habe, können wir wahrscheinlich eher sagen, dass ich jetzt eher auch noch was in zum Beispiel solche Sachen wie ein Zehntelunzen, American Eagles und solche Dinge umgeschichtet habe, ja, sozusagen. Und das war im Prinzip einen ganz einfachen Grund, über den wollen wir heute mal sprechen. Wir wollen auch mal darüber sprechen, warum ich in der Vergangenheit immer gesagt habe, dass es eigentlich keinen Sinn macht, kleinere Stückellungen zu kaufen. Da stehe ich auch immer noch dazu, ja, eigentlich. Aber es gibt natürlich Gründe, weshalb man das trotzdem tun kann, so wie es bei den meisten Sachen so der Fall ist. So, darum soll es heute mal gehen. Ich denke mal, es ist eine ganz interessante Geschichte. Vorher gucken wir uns natürlich nochmal an, wie es heute mit den Gold und Silberpreisen aussieht und auch mit dem, was ich heute mitgebracht habe, womit wir jetzt mal anfangen. Da sind wir nämlich auch relativ schnell mit durch. Da habe ich nämlich einmal einen Einunzen American Eagle mitgebracht, also so die, die wahrscheinlich am, ja, sorry, die wahrscheinlich am meisten gekaufte Größe bei den American Eagles, würde ich jetzt mal so tippen, ja. Auch wenn es natürlich eine der teuersten ist. Und dann habe ich auch noch mitgebracht eine Einzehntelunze, die ein bisschen schwer aufzuheben ist, aber geht trotzdem. So, einmal hier, ne. Wirklich eine sehr, sehr kleine Münze. So, und das sind ja solche Sachen, wo ich immer früher gesagt habe, ja, macht keinen Sinn, brauchen wir eigentlich jetzt nicht großartig zu kaufen. Aber, ne, aber, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Wenn man jetzt mit der Zeit, ja, ein bisschen mehr dazulernt, sich mehr mit Sachen beschäftigt und so weiter und so fort, dann fallen einem natürlich schon auch Aspekte auf, die daran ganz gut sind. So, und über die wollen wir heute mal sprechen. Aber bevor wir uns da gleich werden, beschäftigen, kurzer Blick nochmal auf die Gold- und Silberpreise. Hier an dieser Stelle einmal Silber eingeblendet. Ja, ne, ist jetzt heute nicht super viel passiert. Gold an dieser Stelle hier ist auch nicht extrem viel passiert, ja. Alles ziemlich volatil im Moment. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch von außerhalb Gold und Silber, ja. Aber ist halt so. Müssen wir im Moment mit Leben halt so wild. Gut, also, ne, das sind halt solche Geschichten. Wenn man sich mit den Sachen näher beschäftigt, dann fallen einem unter Umständen auch Sachen auf, die man früher nicht bedacht hat. Und so war es hier bei mir übrigens auch. So, falls ihr euch jetzt fragt, warum die so ein bisschen eine andere Farbe haben, ist daran, weil das hier ein 2021er meines Wissens nach, wo steht's, wo steht's, wo steht's, hä, bin ich jetzt so? Ja, 2021er Gold Eagle ist und das hier ein 2023er ein Zehntel-Ünzchen. Und dementsprechend hat das noch ein bisschen eine andere Farbe, ja. Aber primär ist es so, die American Eagles haben einen gewissen Kupferanteil, ja, auch einen gewissen Anteil an Silber meines Wissens nach, weil die 22 Karat sind wie der Krügerand, aber der Krügerand ist viel mehr rot, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das Kupfer mit der Zeit verschwindet aus der Oberfläche, ja. Ja, das heißt, diese Münzen, die erstmals, wenn sie neu waren, sehr rötlich waren, ja, werden mit der Zeit immer gelb-goldener, zumindest normalerweise, ja. Weil das Kupfer da einfach aus der, aus der, nur der obersten Schicht, nur diese einen Schicht, die man sehen kann, mit der Zeit verschwindet. Und zwar zu dem Punkt, wo man dann, das Gold einem einfach gelber erscheint, ja. Deswegen seht ihr jetzt hier, bei dem hier, der sieht so ein bisschen blasser raus. Wenn man den jetzt in Sonnenlicht halten würde, würde der leicht rötlich aussehen. Dieser hier tut das gar nicht mehr, ja. Hat er aber am Anfang auch, so. Also das sind solche Geschichten bei Legierungen, die verhalten sich eben immer so ein bisschen unterschiedlich, ja. Beim Krügerand kann man das Schauspiel wirklich sehr, sehr gut beobachten, beim American Eagle, wie gesagt, ein bisschen weniger. Aber, ne, nur falls es euch interessiert hat, warum die ein bisschen anders aussehen, obwohl es natürlich genau das gleiche Gold ist. So viel dazu. So, jetzt ist aber nur über diese Geschichte. Warum kaufe ich denn jetzt überhaupt diese 1,1,1, wo ich doch früher immer gesagt habe, will ich nicht kaufen und so weiter und so fort. Und auch gerade auch noch von einer Münze, die natürlich auch noch einen etwas höheren Aufschlag hat als vergleichbare, ein Zehntel Unzen. So, das sind so die Fragen, die ich dazu immer bekomme. Dazu kann ich jetzt erstmal nur sagen, die viele Leute gucken dann natürlich im Internet bei solchen Preisvergleichen, wie zum Beispiel Goldtier oder so, die natürlich auch sehr, sehr nützlich sind dafür, ja. Gar keine Frage. Und ich freue mich auch immer, wenn ich das irgendwie lese, ja. Weil das heißt natürlich, dass Leute geguckt haben, okay, wie sind denn da die Aufschläge so und so weiter und so fort. Und sich nicht einfach irgendwas kaufen, ohne vorher geguckt zu haben. Nichtsdestotrotz bedeutet das aber nicht, dass das der günstigste Preis ist, den man bekommen kann. Bei weitem nicht, ja. Und was es speziell bedeutet, ist im Prinzip ganz einfach, ja. Wenn man die Sachen unter Umständen irgendwo günstiger bekommen kann, ja, dann sind die Aufschläge geringer. So, ich kann zum Beispiel den Standpunkt sagen, dass ich in etwa pro Münze, ja, pro ein Zehntelunze von diesem, von diesen American Eagles hier in etwa 2 bis 3 Euro mehr bezahlt habe, als für eine vergleichbare, für die vergleichbar günstigste ein Zehntelunze, die jemand so auf gold.de zum Beispiel findet, ja. Und da ich den American Eagle einfach sehr, sehr gerne mag, war mir das egal. So, weil letzten Endes, was zahle ich da mehr? Wenn ich mir 50 Stück kaufe, zahle ich vielleicht 100 Euro mehr, ja. Weiß ich jetzt nicht, da kriege ich nicht mal noch eine Einzehntelunze. Also ganz ehrlich, ist mir relativ egal, so. Und natürlich kaufe ich mir auch gerne 50 Stück auf einmal, weil das wären ungefähr 10.000 Euro. Dementsprechend auch nicht, ja. Aber das sind eben solche Geschichten, ne. Das ist gut, wenn man da nachguckt, aber das ist natürlich nicht alles, was man da sieht, ja, auf solchen Vergleichsportalen. So, weiter haben wir natürlich dann noch den Vorteil, dass man mit diesen Stücken wirklich sehr, 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 sehr gut sparen kann, ja. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren für mich so ein bisschen entdeckt habe, ja, dass man da einfach wirklich sehr, sehr gut jeden Monat sagen kann, okay, so und so und so viel möchte ich gerne diesen Monat investieren, ja. Ja, und dafür kaufe ich mir jetzt, je nachdem, ja, wie hoch der Betrag ist. Für 500 Euro dann halt eine Viertelunze oder für 200 Euro, wie gesagt, eine Einzehntelunze. Aber man kann nicht hingehen und sagen, ich kaufe mir jeden Monat für 200 Euro eine ganze Unze. Die wird keiner für 200 Euro hergeben. Leider, ja. Schade irgendwie, aber ist halt, wie es ist. So, deswegen braucht man halt irgendeine Alternative, wenn man wirklich jeden Monat was kaufen will, was sinnvoll ist, ja. Ja, im Vergleich dazu jetzt einfach Ewigkeiten zu sparen und sich dann irgendwas Größeres auf einmal zu kaufen, ist normalerweise nicht die beste Vorgehensweise, ja. Ist natürlich keine finanzielle Beratung. Ihr könnt das so machen. Das ist nur meine Vorgehensweise, ja. Und meiner Meinung nach ist es nicht die beste Sache, jetzt auf die Dauer ewig zu sparen und dann irgendwie nur einmal im Jahr was zu kaufen. Warum? Ganz einfache Geschichte. Weil dieses eine Mal im Jahr kann natürlich, wenn man viel Glück hat, sehr günstig sein. Kann aber auch sehr teuer sein. Und wenn es sehr teuer gewesen ist und dann der Preis weiterfällt, ja, oder wiederfällt, oder was auch immer, ja, könnte man erstens mal theoretisch Geld verlieren. Dafür ist das jetzt nicht da. Das ist mehr so langfristiges Sparen. Das sollte man jetzt nicht unbedingt einplanen, das wieder zu verkaufen in näherer Zukunft, ja. Aber nichtsdestotrotz kann einen das natürlich entmutigen, die Sache weiterzumachen. Da kann man sich ja auch denken, ja, da hätte ich es ja auch auf dem Konto liegen lassen können, ne. Was natürlich, auch nur meiner Meinung nach, keine tolle Vorgehensweise ist, so. So, dann ist natürlich auch noch diese Geschichte, wenn man natürlich nur einmal im Jahr kauft, ist das auch noch so eine Geschichte, man ist so ein bisschen an diese steuerliche Geschichte gebunden, wenn man wieder verkaufen möchte, ja. Das heißt, wenn ich jetzt das ganze Jahr spare und nur gegen Jahresende einmal was kaufe, muss ich da dann natürlich wieder ein ganzes Jahr warten, bis ich das steuerfrei wieder verkaufen kann. Ja, beziehungsweise zumindest, wenn ich einen Gewinn gemacht habe, ja. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Dann muss ich darauf natürlich keine Steuern zahlen. Aber wenn ich einen Gewinn gemacht habe, dann muss ich da natürlich, wenn ich das vor einem Jahr haltetdauer verkaufe, theoretisch darauf Steuern zahlen, so. Und das ist natürlich diese Geschichte, wenn ich das ganze Jahr über aber zum Beispiel kleinere Münzen gekauft habe, dann sind die Ersten am Ende des Jahres ja schon wieder an dem Punkt, wo ich sagen kann, die kann ich jetzt schon wieder steuerfrei verkaufen, ne. Aber wenn ich das ganze Jahr über das Geld gesammelt habe und ich dann am Jahresende das kaufe und ich vielleicht nächstes Jahr, weil irgendwas merkwürdig Doofes passiert, wieder brauche, ja, dann müsste ich da drauf dann Steuern zahlen auf das Ganze, was ich gekauft habe, ja. Im Gegensatz zu nur einem kleineren Teil, nämlich dem, der eben noch jünger ist als ein Jahr, so. Hoffenmann hat das ungefähr verstanden, was ich damit sagen will. Also es hat auch irgendwo einen steuerlichen Vorteil, das so zu machen, so. Jetzt hat es natürlich einen Geldnachteil, das ist gar keine Frage, ja. Eine Einunze American Eagle kostet so ungefähr 1.800 bis 1.850 Euro, je nachdem, für welchen Preis man sie so bekommt, so. Eine Einzehntelunze, 190, 195, wenn man es günstig bekommt, und normalerweise mehr so 200 bis 205, wenn man es jetzt bei einem Händler zum Beispiel über gold.de kauft, so. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich toll, ja, wenn man sich das vom Aufschlag so anguckt, nicht super, ja, kann man nicht behaupten, so. American Eagle eine Unze, normalerweise so 4, 4,5, vielleicht auch mal 5%, ja, wenn er ein bisschen teurer ist, bei den Einzehntelunzen findet man eigentlich von 17% bis 10% so ziemlich alles, ja. 10% sind es dann meistens doch, wie gesagt, ich habe das meiste ein bisschen günstiger gekauft, aber wie gesagt, 10% ist so das, das ist meistens so diese Marke, ne. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich natürlich, okay, warum ist denn das jetzt so? Warum ist das jetzt so im Vergleich zu den 1-Grammbarren zum Beispiel, die man ja zeitweise vielleicht auch schon für, ja, ich sag mal jetzt so 6-7% kriegt, also ein bisschen weniger, ja, das liegt einfach da dran, dass diese 1-Grammbarren wesentlich einfacher herzustellen sind, meines Wissens nach, ja, wieder nur meines Wissens nach, als diese Münzen. So, diese Münzen werden natürlich geprägt wie eine Einunzenmünze normalerweise auch, ja, werden extra ausgestanzt, ja, dann kommen die in diese, kommen diese runden Teile, in dieses Prägeding, die werden dann einzeln alle geprägt, so. Meines Wissens nach funktioniert das bei den 1-Grammbarren etwas leichter. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, die werden in solchen Blättern produziert. Das macht die ganze Sache leichter, ja, das heißt, es wird einfach geprägt, dann wird es ausgestanzt und fertig ist. So, in einem durch sozusagen, ja. Das kann natürlich jetzt auch unterschiedlich sein, von Hersteller zu Hersteller. Ich habe das nur mal bei einem Hersteller gesehen. Wenn es bei einem anders ist, okay, ja, kann auch sein. Aber meines Wissens nach liegt es daran so ein bisschen, dass die günstiger sind. Zusätzlich dazu ist es auch natürlich noch so, dass Goldbarren keinen Nennwert haben. So, ein Nennwert kostet normalerweise extra. Nicht viel extra, aber so ein bisschen extra, ne. Das heißt, Münzen sind im Normalfall, im Regelfall, ja, immer etwas teurer in der Herstellung als Barren. So, weil natürlich irgendein Land, was diese Münzen herausgibt, auch wenn es jetzt das gleiche Land ist, was die Münzen auch verkauft, ja, will dafür normalerweise irgendetwas. So, das kostet irgendetwas, das zusätzlich zu machen, ja. Es ist normalerweise nichts, was man einfach so umsonst drauf machen kann. Und dementsprechend haben da natürlich Dinge ohne einen Nennwert einen Vorteil, ja. Mich persönlich stört das aber, wie gesagt, nicht, weil es ist so marginal, dass, wie gesagt, das mich einfach nicht stört. So. Generell ist es allerdings natürlich so, bei der 1,10 Unze sollte man dringend die Grenze ziehen dabei, ja. Oder beziehungsweise bei den Münzen, ja, bei Barren 1 Gramm, ja. Einfach aus dem Grund, weil es da drunter dann wirklich so sind, dass diese Sachen so unglaublich teuer werden und es meistens auch nur noch Goldfolie ist, dass das wirklich, macht wirklich gar keinen Sinn mehr, ja. Also meines Erachtens nach ist die 1,10 Unze wirklich die absolute Untergrenze für das, was man noch sinnvollerweise mit sinnvollem Aufschlag kaufen kann, bei Münzen und, wie gesagt, der 1 Gramm Barren bei Barren. Wenn man größere Sachen kauft, wird es immer günstig sein. Das ist eben so, ja. Und wenn man jetzt das Einkommen dafür hat, um jetzt jeden Monat eine ganze Unze Gold zu kaufen, naja, cool, ne. Ist ja überhaupt kein Ding. Ist doch eine super Sache. Dann spart man sich da auf jeden Fall ein bisschen Geld. Ja, vielleicht auch ein bisschen viel Geld, wenn man das über längere Zeit hinweg macht. Aber eine wichtige Geschichte hier an dieser Stelle ist auch noch, ja, dass man diese 1,10 Unzen jetzt natürlich nicht nur für den normalen 1 Unzen Preis verkaufen kann, ja. Das ist wieder so wie bei semi-numismatischen Sachen. Natürlich ist das keine semi-numismatische Münze, ja. Und es wird es auch wahrscheinlich nie sein. Aber es ist so wie, vergleichsweise bei diesen ganzen semi-numismatischen Geschichten und so weiter und so fort, wenn man das an Privatverkauf bekommt, bekommt man im Prinzip den ganzen Preis zurück, ja. Und wenn man es an den Händler verkauft, halt nicht, so. Finde ich es in Ordnung, dass manche Händler diese Sachen dann für einen Schmelzpreis ankaufen? Ja, finde ich absolut nicht in Ordnung. Finde ich furchtbar. Warum finde ich das furchtbar? Naja, weil die sich umdrehen und die Dinger wieder verkaufen für ihre 10% über Spot. Und im Prinzip an einer Goldmünze, die eigentlich keinen großartigen Abschlag haben sollte, 15-20% verdienen. Das ist schön, ja, das ist schön für den Händler, definitiv. Aber letzten Endes hat man seine Kunden damit meiner Meinung nach abgezockt. Finde ich nicht cool, ja. Das sehe ich gar nicht, den Grund dafür. Weil man kauft es ja auch von den Prägestätten an, ja. Die Prägestätten, die verkaufen einem das ja auch nicht für einen Schmelzpreis. So, die verkaufen einem das ja auch ein gutes Stück über Spot. Und man kommt ja auch damit klar. Ja, also warum muss man jetzt sagen, bei meinen Kunden, den Leuten, die mir Geld geben, den Leuten, die mir das überhaupt erst ermöglichen, diese Sachen zu machen, die ich mache, ja. Warum muss ich denn dahin gehen und sagen, bei denen nehme ich jetzt weniger. Und zwar wesentlich weniger. Einfach, weil ich es kann. Das sind solche Sachen, da könnte ich mich wirklich lange drüber aufregen, weil ich es einfach nicht verstehe. Ja, ich meine, ich denke mal, es gibt heutzutage keinen Edelmetallhändler mehr, dem es großartig schlecht geht. Zumindest keinen von den Größeren, ja. Und das sind ja auch die, wo ich die Ankaufspreise von Leuten gesagt bekommen habe, so. Beziehungsweise auch selbst gesehen habe, ne, das kommt ja auch drauf an. So, und da muss ich wirklich sagen, habt ihr das irgendwie nötig? Ja, muss das sein? Nein, ich verstehe es immer nicht. Die Leute realisieren nicht, dass Leute damit, die solche Erfahrungen dann machen, aus dem Hobby getrieben werden, ja. Jemand, der solche Verluste dann mit irgendwas macht, was er vielleicht zufällig dann schneller wieder verkaufen muss, der kauft nie wieder was. Man schießt sich damit ins eigene Bein. Ganz klar meine Meinung dazu, ja. Wird vielen nicht gefallen, ist auch okay, ja. Man muss sich nicht über alles einig sein, aber das ist meine Meinung dazu. Ich habe da auch einfach eine sehr, sehr geringe Toleranzschwelle, muss ich auch ganz klar dazu sagen, ja. Es ist einfach so, ja. Das ist auch primär der Grund, warum ich im Moment von meinen eigenen Produkten, die ich selbst produziere, ja, aus Silber zum Beispiel, sehr, sehr wenig nur noch verkaufe. Einfach aus dem Grund, weil es die Möglichkeiten jetzt wieder gibt, dass man günstig auch andere Sachen kaufen kann. Günstiger sogar, als ich es anbieten kann teilweise. Also warum, ja. Warum soll ich jetzt Leuten immer noch sagen, das ist das Günstige, das müsst ihr kaufen? Nö, absolut nicht. Das hat ein Problem gelöst. Eine Zeit lang, ja. Jetzt im Moment löst es das nicht mehr. Wenn es das in Zukunft wieder tut, naja, dann starten wir wieder. Aber so lange, äh, hier, Kupferwaren, ne. Gerne bestellen, freut mich sehr. Und, ähm, hier an dieser E-Mail-Adresse, die mache ich weiterhin, weil es da immer noch keine günstige Alternative gibt. So viel an dieser Stelle dazu, ja. Aber das ist so ein bisschen meine Meinung zu dieser ganzen Geschichte mit diesen kleineren Stückelungen. Da werden viele komische Sachen getrieben, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz ist es aber eine gute Möglichkeit, darin wirklich Geld zu sparen, ja. Ja, auch über lange Zeit hinweg, ja. So, dass man eben einen Durchschnittspreis bekommt, für was man die Unze, äh, kauft. Oder in dem Fall die Zehntelunze, ja. Ähm, ich denke, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte, ja. Ja, und, äh, ihr wisst ja, ich habe ja mir hier diese Tuben gekauft, ne, wie für die Einzehntelunzen und für Viertelunzen und, und für Halbunzen und so weiter und so fort. Ähm, und die will ich ja in Zukunft auch weiter voll machen, ja. Und ich will die auch in den nächsten Jahren voll haben, ja. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil das so ein bisschen mein Notgroschen ist für absolute Notfälle, falls es mir wirklich mal, äh, falls ich, ja, mal wieder irgendwelche drastischen Maßnahmen treffen muss. Das will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, äh, aber, ja, dafür einfach, ja. Ähm, das ist mir wichtig, dass ich das habe. Das ist mir wichtig, dass ich das in der Hinterhand habe. Und natürlich sind auch gerade für solche Situationen eigentlich solche Münzen wie der Einzehntelunze super geeignet im Vergleich zu einer ganzen Unze, ja. Weil ich kann einfach die in zweihundeter Schritten verkaufen. So. Ist sehr praktisch, weil das sind solche Größenordnungen, damit kann man wirklich auch was anfangen, ja. Es ist jetzt natürlich nicht so praktisch wie, äh, ich sage jetzt mal hier in der gleichen Größe von Silbermünzen, ja. Ja, was haben wir hier, so ein Mercury Dime, ne. Das ist eine Silbermünze, die im Prinzip, naja, fast die gleiche Größe hat für diese Einzehntelunze. So, die hat einen Materialwert von 2, 3 Euro. So. Eigentlich super, falls man in irgendeine blöde Situation kommt, wo man mit irgendwas handeln muss oder sonst irgendwas, sind die eigentlich perfekt. Muss man ganz klar so sagen. Leider hier in Europa nicht günstig zu bekommen. In Amerika wirklich eine super Sache. Also, das wäre wirklich sowas, fände ich super, ja. Das ist sowas absolut klasse. Aber für mich sind deshalb eben auch diese Einzehntelunze wirklich sehr, sehr praktisch mittlerweile, ja. Und mittlerweile hat sich meine Meinung dazu auch durchaus geändert, ja. Aber wie gesagt, zu allem, was unter einer Einzehntelunze ist, habe ich immer noch die gleiche Meinung. Meiner Meinung nach ist das einfach viel zu teuer, ja. Und das kann man auch wirklich nicht Sammlermünzen eigentlich nennen, diese winzigen Dinger, weil die kauft irgendwann keiner mehr. Das will eigentlich gefühlt niemand, ja. Das sind solche Sachen, solche Gimmicksachen für Leute, die meinen, sie wollen jetzt kein Geld ausgeben, großartig, aber wollen trotzdem Gold kaufen. Kauft doch Silber. Was ist denn mit Silber verkehrt, ja. Es gibt doch auch Silber relativ günstig zu kaufen mittlerweile, ja. Fünf oder zehn D-Mark-Münzen kann man doch kaufen für ein abbluten Ei. Sogar unter Spot teilweise, wenn man ein gutes Angebot bekommt. Also was soll denn das? Also weiß ich nicht, ja. Das ist ja jetzt nicht mehr so ein Riesending heutzutage. Dementsprechend gute Sache, meiner Meinung nach, mit solchen Münzen zu sparen, ja. Ich persönlich mache das so, es ist ein bisschen schwer, die Tuben zu bekommen. Das war die Untertreibung des Jahrhunderts. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, es ist eine gute Geschichte. Jo, damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angekommen. Sehr gerne alles in die Kommentare schreiben, was ich sonst noch so an Fragen und so weiter habe. Beantworte ich immer sehr, sehr gerne. Super gerne natürlich auch das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen und auch sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.